Peter Wischer der Ältere war ein deutscher Bildhauer und Rutschmied aus der Nürnberger Künstlerfamilie Wischer. Leben, ausgebildet von seinem Vater Hermann, übernahm Wischer dessen 1453 gegründete Messingießerei, die unter seiner Leitung zur berühmtesten in Deutschland wurde. In den Nürnberger Ratsverlässen taucht Wischer im Todesjahr seines Vaters 1488 erstmals auf die Meisterliste führt ihn erst seit 1489. Spätestens 1485 heiratete er seine erste Frau Margarete Groß. Er war Vater von Hermann, Peter, Hans, Jakob und Paul. Anfang 1493 ging das väterliche Haus am Sand in seinen Besitz über. Im selben Jahr starb seine zweite Frau Dorothea. 1494 vermittelte ihn der Nürnberger Rat gemeinsam mit dem Bildschnitzer Simon Leinberger an den Heidelberger Hof des Pfalzgrafen Philipp der Aufrichtige. 1505 wohnte er bereits auf der Lorenzer Seite am Katharinengraben und wurde als Hausbesitzer im Viertel bei den Barfüßern zu einem Hauptmann. Er teilt, 1506 kauften er und seine dritte Frau Margarete das Nachbarhaus und errichteten eine Gießhütte. 1511 berief ihn der Stadtrat zusammen mit Albrecht Dürer als Sachverständigen für die Ausbesserung des schönen Brunnens auf dem Nürnberger Hauptmarkt. 1516 wurde er als genannter in den »Größeren Rat« aufgenommen. Während seiner frühen Schaffenszeit entstanden vor allem ganz figürliche Grabplatten wie die um 1495 im Magdeburger Dom aufgestellte Messentum Badess. Erzbischofs Ernst von Sachsen Wischer benutzte für seine Güsse Entwürfe und Modelle, deren Autorschaft noch nicht restlos geklärt ist. Ob er selbst bildkünstlerisch tätig war, wird kontrovers beurteilt. Nach 1500 arbeitete er wohl auch mit Veitsstoß zusammen. Kaiser Maximilian I. vermerkte in seinem Gedenkbüchlein, Meister Peter Rothschmidt zu Nürnberg die altfränkischen Pilterplassenmalen, die er bei 300 bis 400 haben soll. 1512 gab Maximilian zwei lebensgroßen Bronzestatuen, höchstwahrscheinlich die Könige Arthur und Theoderich, für sein geplantes Grabdenkmal, in der Innsbrucker Hofkirche bei Vischer in Auftrag das Sebaldusgrab im Ostchor von St. Sebald in Nürnberg ist das Hauptwerk der Vischerwerkstatt und bedeutendes Zeugnis deutscher Renaissance-Plastik. Der 1488 gezeichnete und mit einem Vischer-Schön-Werkstattzeichenfaserhene großformatige Planriss für das Tabernakelartige Gehäuse zum 1391 bis 1397 gefertigten Reliquienschrein des Heiligen Sebald zeigt gotisierende Architekturformen. Im Mai 1507 beschloss der Nürnberger Rat, das Messinggehäuse ausführen zu lassen. Zugrunde gelegt wurde ein veränderter und norditalienischer Renaissance-Gunststark verpflichteter Entwurf, der das Gehäuse verkleinerte und figürlich über Reich ausstattete. Sockelseiten des Sebaldusgrabes halten Arbeitsbeginn und Meistername fest. Laut Unterschrift am Rand der Sockelplatte vollendete Vischer gemeinsam mit seinen Söhnen das Werk 1519. In der Nische der östlichen Tumba-Seite des Sebaldusgrabes steht die ausdrucksmächtige Bildnisstatuette von Vischer. Peter Vischer wurde auf dem Rochesfriedhof in Nürnberg beigesetzt. Von den fünf Söhnen aus drei Ehen zeichneten sich die beiden Ältesten, Hermann und Peter, durch ungewöhnliche schöpferische Kreativität aus. Deren volle Entfaltungsmöglichkeit allerdings ihr frühzeitiger Tod verhinderte. In Nürnberg existiert eine Straße, die nach ihm benannt wurde, sowie eine Schule, die ein Gymnasium und eine Realschule umfasst. Sie wurde 1914 erbaut und diente im Zweiten Weltkrieg als Rathaus und wurde auch als Krankenhaus genutzt. Ebenfalls eine Straße ist in Erlangen nach ihm benannt, ebenso wie in Berlin, Höchstad A. D. Eisch und Amberg in der Oberpfalz. In Dortmund gibt es eine Grundschule, die seinen Namen trägt. Eine Büste 1839 gefertigt von Ferdinand Müller befindet sich in der Gedenkstätte Walhalla. Nachkommen aus seinen Ehen gingen fünf Söhne hervor, die alle in der 1453 schon vom Großvater gegründeten Gießhütte mitarbeiteten. Unter ihnen sind Hermann der Jüngere war 1516, 17 zum Studium in Italien. Von ihm stammte wahrscheinlich der zweite Entwurf des Nürnberger Sebaldos Grabes, nachdem der erste Entwurf des Vaters vom Nürnberger Rat verworfen wurde. Es aber dann ausführte, Peter der Jüngere schuf mit seinem Vater den figürlichen Schmuck des Sebaldos Grabes, auch Grabdenkmäler und Medaillen, wobei er den Stil seines Vaters mit italienischem Formen gut verbannt. Hans übernahm 1529 in dritter Generation die Gießereiwerkstatt. Werke Grabplatte für Margarete von Österreich Kurfürsten zu Sachsen, 1486, Hängeleuchter, 1488-89, Statuette eines knienden Mannes, so genannt. Astbrecher, 1490, Grabplatte für Bischof Heinrich III. von Bamberg, 1492 und für die beiden nachfolgenden Bischöfe Veithi und Georg II. Grab Dumba des Erzbischofs Ernst von Sachsen, 1495, Grab Epita für Bischof Johann e. V. Roth, 1496. Grabplatte für Philippus Kalimachus, 1496, Grabplatte für Piotr Kameter, 1505, Statuette des St. Mauritius, vermutlich 1507, Jagdhund. Sebaldus Grab, 1598, Grabmal für Graf Hermann VIII. von Henneberg und seine Frau Elisabeth, 1510, Grabplatten des Herzogs Albrecht, der Herzogin Amalie und Herzogin Sittonie im Meißner Dom, Bronzefiguren Atus und Theoderich am Grabmal Kaiser Maximilians I., 1512, 13. Schlussgitter der Fuggerkapelle seit 1512, Grabplatte des 1518 verstorbenen Gotthard Wiegerink in der Lübecker Marienkirche, Tischgrab mit Liegefigur des brandenburgischen Kurfürsten Johann Cicero, um 1530 im Kloster Lenin aufgestellt.